Auf der anderen Seite. Ah, hinter dir. Komm mal runter. Komm mal runter. Müssen wir Holz bauen. Ne, 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 ne. Komm mal. Siehst du nicht den Back? Ja doch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier muss Holz hin, Bruder. Ja, Bruder. Okay, und jetzt, wie muss ich weiter? Es muss ja hier auch 3 dreckig sein. Das heißt, wir müssen irgendwie auf hier. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Du musst immer 3 von deinem... Aha, du hast recht. 1, 2, 3. Wo ist mein Hund? 1, 2... Nicht schon wieder Ryan. Du hast absolut recht. Oh nein, ist ins Nether gegangen. Das wäre uff. Oh mein Gott, ist ins Nether gegangen. Man muss die mal an den Ecken immer weiterziehen. Ja, genau. Dann funzt es wieder. Ich bin im Bett. Ich disconnect. Ah ja. What the fuck? Hör auf, jetzt kommen wieder Creeper, Mann. Fick. Jetzt kommen wieder Creeper, Mann. Ja, wenn ich die Mauer gebaut habe und ich sterbe von dem Creeper, dann slamme ich meinen Tisch so fett, Alter. Das ist unten, dass ich bei meinem Nachbarn durchbreche. Oh shit. Ich bin Boden. Nee. Okay. Join. Es ist noch Nacht. Too late. Warte mal, wer. Jungs, einer der Villager ist im Nether. Es ist der Leather-Worker. Kannst du immer wieder rausballern? Ja, wie? Ja, schieben raus. Schieb ihn. Ja, hast du nicht verstanden. Schieb ihn raus. Ja, ich probier's. Er läuft immer weg. Er will nicht zurück. Fucking Dämonen, der Wichse. Oh ja, da waren Dämonen im Nether. Und zwei Zombies. Junge, was ist denn da für eine Party los? Ja, die sind einfach reingeloggt. Einmal spielt, die Wichse. Okay, der Villager sollte weg sein. Mein Hund aber immer noch nicht. Nein, geh doch. Oh, das ist cursed. Nein, Hundi. Nicht vor die Tür stehen. Der Drecksack. Ich schieb dich jetzt dort wieder zurück. Und wenn du nicht wieder zurück wirst, dann hau ich die ein. Der Villager ist back. Im Nether? Ja. Ach du Scheiße. Der will hier bleiben. Villager, du gehst wieder. Komm, jetzt. Runter da. Geh weg. Alter, ich weiß nicht, wie die Ecke ist. Du machst dir halt irgendwie, dass aufgeht, Bruder. Das reicht nicht. Das ist genug. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, es kann auch nicht so schwer sein, zu entscheiden, ob er es gerade macht oder kompensiert. Du warst aber. Hast du doch gemerkt. Ja, eben. Ich war eine Anspielung drauf. 1, 2, 1, 2. Das ist schon mal scheiße hier. Ich mach das jetzt 3 weiter. Mein Hund ist wieder im Nether. Was machst du denn für Kacke? Was? Was willst du denn, dass ich mache? Und du läufst. Und die... Es ist kein Wunder, dass der ins Nether geht. Du. Das ist High-Dive-Autismus. No fucking joke. High-Dive... Das Ding ist ja, wenn ich... Das Ding ist ja? Was für ein Ding ist ja? Ja, dein Ding ist ja nicht da. Das sieht doch jetzt... Ich glaube, ich hab's. Lass den Villager einfach nicht mehr. Wie lange hast du jetzt an der Ecke rumprobiert, mein Lieber? Lang genug. Ich glaube, es passt. Ja, ihr Kupitz gemacht. Ich werde echt zum... Ich hab drei Blöcke geplägt. Das ist gepasst an der einen Ecke, Nils. Das kann doch nicht mehr sein. Ja, das wahrscheinlich sieht's aus wie Scheiße. Genauso wie meins. Warum? Ähm. Jungs? Hat eigentlich... Ist eigentlich mal einem aufgefallen, dass unter uns einfach eine fucking Spalte ist. Nein. Ist ein bisschen scary. Ist mir nicht aufgefallen, wieso? Ja, das kann ich dir mal... Ist da eine? Ja. Das war eine Scheide. Wo ist die Ecke, die du... Da vorne beim Fluss, Bruder. Jungs, ich hab Angst, dass der... Dass der Villager... Alter, geh doch jetzt aus dem fucking Nether raus. Lasst doch den Villager einfach. Das Ding ist, er wird sterben. Er wird... Er läuft aus dem... Er ist aus dem... Dann... Dann, wieso macht man meine Pressureplate? Hier nicht einen Button. Der kann er nicht raus. Ich hab doch keinen Button. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist bei den Pikmin. Er ist ein anderer Pikmin. Er ist der Pikmin jetzt. Hier... Hier die Ecke hab ich gemacht, Bruder. Er ist der Pikmin jetzt. Wir... We shan't stop... Stop them... From being him... His true self. Ich glaub, so stimmt's. Ja. Ich glaub schon, ja. Wir sehen, wie's geht's. Das hab ich gemacht, nicht du. Das hab ich gemacht. Ich hab das... Ich hab das komplett anders umgebaut. Nein. Nein, ich weiß. Alles... Alles safe. So was lass ich mir ja nicht bieten. Bau mal noch nicht so hoch, wenn du solche Schützen-Wichslöcher aber haben willst. Ja, aber wie will man dann hochlaufen? Kevin. Können wir eigentlich die... Ich werd Mäntel bei der Mauer. Kevin. It's same, Alter. Kevin. Jetzt kommt ja auch noch so ne Gitarrenmusik. Dum 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 dum. Ähm. Bin ich hier in den Highlands? Oder was? Ja? Können wir die Village herauslassen? Ja, dass sie alle ins Nether laufen? Rein platziert einfach bei der Tür in Baden oder kein Pressure-Play. Können wir die Village rauslassen? Wie rauslassen? Ja, dass sie alle ins Nether laufen? Nein. Ja. Nein. So was dann mit. Es ist nur einer ins Nether gelaufen. Als ob das jetzt mit allen passiert. Gelaufen. Ja. Shit. Heißt es nicht gelaufen? Das heißt gelaufen. Das gelaufen. Die Village trade nicht mal. All die fetten Bastarde. Ja, mit dir nicht. Kein Wunder. Nee, die trade nicht gar nicht. Was ist eigentlich hier für ein Bug passiert? Irgendwer gefettfingert. Mhm. Glaube ich auch. Wer hat das Tor eigentlich gebaut? Was? Aua. I'm Orion. Aber schau, da schwimmen schon die Dinger durch. Joch. Neverminds ist uns aber stuck an dem Teil. Stuck, Ludi. Stuck mein Dick. Mhm. Ich brauche hier bei der Ecke. Ich bekomme das nicht geballert. Eine Ecke so machen war schon mehr als genug. Warte, ich komm zu dir. Genug Ecken für heute. Warum zum Fick würde ich ein Arrow Visibility wollen? Das ist ja so gay. Kannst deine Mobs unsichtbar machen, dann explodieren sie in deinem Haus. Yay. Ich kann meine Freunde unsichtbar machen. Mhm. Dann kann ich dein Feld zerstören und es weiß, wer es war. Ja. Wer will das? Du, deswegen machst du jetzt in der Handel, Alter. Wo ist die Ecke? Hier, hier ist die Ecke. Ich ziehe jetzt erstmal die Standard-Ecke hier rein. Die Standard-Ecke. Oh. Wie ist das eigentlich los? Die Musik macht mich mental bei mir gerade. Ja. Mhm. Ludi. Und jetzt ist der Moment, da ist doch die Logik schon wieder hinweg. Mhm. Ja, ich versuche gerade die Ecke zu ballern. Eins, zwei. Eins, zwei. Da ist eigentlich Kevin hin. Der war doch gerade da. Das wissen wir nicht. Da ist die Logik eigentlich auch gone. Thomas! Was? Was ist? Das hat die Gehör. Ist das aufs Neul? Was ist? Die Outline. Die ist, da sind nur zwei Blöcke dazwischen. Oh mein Gott. Nein! Aber, dann funktioniert es mit der Ecke. Lassen wir das hier so, oder machen wir es anders? G'scheit ist G'scheit und G'scheit ist G'scheit. G'scheit ist G'scheit. Okay, G'scheit ist G'scheit. Ich baue es wieder ab. Alter. You had one job. Echt so, doch? So. Hier habe ich den Fehler gebackt. Naja, never mind. Schon weiter vorne. Hier ist ja nochmal eine Ecke. Ja, daran ist es vielleicht, dass die Ecke nicht kompensiert. Ja, darum habe ich gepfetfingert. Ich mache die Ecke. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen. So. So ist G'scheit. So ist echt G'scheit. Und wo ist eine Ecke? Da vorne ist die doofe Drecks Ecke. Oh, der Merchant! Da hat zwei Kamele dabei diesmal. Lul. Und wo ist er? Red Dye. Pozzol. Es hält nur Müll. Wo ist er? An der Wand. An der Wall. Und er ist exekiert. Töte ihn und nimm seine Kamele. Hast du seine Kamele? Nein. Warum nicht? Wie? Wie? Ja. Wo ist die Kamele? Ja, mein. Oh nein. Die Ecke. Die Ecke ist gone. It's gone now. Was ist hier eigentlich buggy? Oh, die Dinger sind wieder back, guys. Ich muss schlafen. Ich schlafe. Ja, ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich falle die ab, guys, mit meinem fetten Bogen. Thomas, disconnect oder schlafe. Es war ein Dämonen im Nether. Wie hat man das geschafft? Ich habe jetzt übrigens zwei Türen vor das Nether Portal gemacht. Ich habe die Ecke gekürst. Ich habe die Ecke gekürst. Ich habe die Ecke gekürst. Was machst du? Es geht hier gerade nicht auf. Es ist ein Problem. Alter, ich... Eins, zwei, drei. Der Fuchs kommt vorbei. Was? Und haut die in die Fresse. Pisst die in die Fresse? Haut... Thomas. Wie sind es hier vier geworden? Thomas hat so einen Piss-Fetisch. Ich zeig dir gleich mal, was Piss-Fetisch heißt. Alter, was ist das... Das ist fucking hilarious. Okay, das ist eigentlich... Willkommen zurück, guys. Kevin... Ich habe eine Tür vor das Nether Portal. Was? Ich habe eine Tür vor das Nether Portal. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht standet. I got a feeling, that night's gonna be a good night. Alright, good night, lads. 1, 2, 3, 7, 8, 4. Ja. Thomas, wie macht man Villagers? Ich hab's gekürst. Ich send dir einen Link rein. Okay. Warte, da ist der Holzbalken. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jungs, noch eine Frage. Nein, ich hab's vergessen. Ein Non-Trader mit Trader-Part. Nein, es kommt einfach ein, äh, nicht, der ist nicht zugewiesen, wenn er ein rauskommt. 1, 2, 3, 4, 1, es kommt einfach immer random. Ja, nein, 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 nicht random. Sondern es kommt einfach einer, der nicht zugewiesen ist, also der nichts kann. Der arbeitslos ist. Ja. Okay, es kommt immer, es kommt immer Arbeitslose. Ja, und die muss dann zuweisen. Ah. Du nehmst einen Komposthaufen, Inchessen, Laserpool, du hast auch, ey. Es gibt's zum Essen, Kevin. Okay. Wo ist denn, 2, 3? 3, 2, 3. Ganges? Ja, ja. Rein, ich hab's eingesendet, du Basta. Ja, ich hab's gesehen. Was ist... Warum muss man mich immer... So, Rein, wasch da jetzt machen wir, bis ich komm. Ich hau die in die Fresse. Boah. Zählt das? Aggressiv. Ja, wie immer. Wir sind immer freundlich, aber eher... Das geht nicht auf und ich kotze im Strahl. 1, 2, 3, Fick, 4, 5. So, jetzt. So könnt's ballern. Hat sich gerade angehört, das wäre in der Wasserflasche umgefallen. Ja, du bist gerade umgefallen. Soll ich richtig auf meinen Tisch balzen? Ja, mach. Ja, mach. Wenn's gleich nicht aufgeht, wirklich. Ich brauch jetzt erst meine Axt. Nee. Craft hier eine. Ist ja nicht sauer wert. Bin ich nämlich schon. Jetzt hab ich auf meinen Monitor gespuckt. Wenn du das mit der Wand machst, ich... Der Monitor lässt danken. Ich schieb den Monitor gleich meinen Cock in H&M-I-Anschluss. Was... Was denn selbst das ist? Lol. Thomas, wir brauchen eine ganze... Ja, und? Das ist ja einfach. Wie willst du die Villager dort rein... Mit Booten. Mein Cards. Da ist jemand sauer. Are you fucking started? Oder ich spawn sie euch auch. So läuft es hier. Können wir ihn nicht einfach... Nein. Jetzt hab ich hier drei Stämme und ich weiß nicht, welcher stimmt. Der ist falsch. Der ist auch falsch. Ich hab jetzt drei Stämme und ich weiß nicht, welcher davon stimmt. Thomas. Kann man nicht schieb den so im Stamm? Ja, Ryan. Der ist gleich so tief hinten rein... Kann man nicht einfach... ...dass der... ...dass der... ...nicht hinten rauskommt, sondern... ...seitlich kommt der wieder raus. Das spielt doch keine Rolle. Los, Nilsi-Boy. Nilsi-Boy. Eins, zwei, drei, vier, eins. Alter, ich krieg hier gleich ne Rappel. Darf ich mitrappen? Hier ist ein... ASMR-YouTuber. Was? Mann! Hä, kann es sein, dass ich dann da hinten einfach nen Bug drin hab? Du bist der Bug hier. Junge, wenn ich nochmal jetzt hinterher da laufen muss und diesen Scheißstamm... ...die Felder abzählen muss... ...ich fühl mich, als würde ich fucking Schach spielen. Ja, wer ist denn Bauer als Schachfigur? Hm. Du wärst gar nicht mehr auf dem Feld. Ich bin der Spieler. Nee. Und der hat uns nicht gut. Eins, zwei, drei, vier. Wo bist du, Nils? Ich bin in einem Mental-State, wo man eigentlich nicht sein sollte. Nilsi, wo bist du eine wunderschöne Mauer am Errichten. Ja, aber wo? Und ich weiß auch, was der... Eins, zwei... ...weil man hier von der Seite zwei ist. Ich trock den Villagern jetzt einfach Carrots. Bis sie... ...kind machen. Wir brauchen aber auch genug Betten, Ryan. Ja, deswegen baue ich hier ein Bett. Die Symmetrie von der Wand ist so verloren. Oh nein. Ja, ihr habt den Grundriss gebaut, dafür kann ich nichts. Du hast den Grundriss nicht mehr geschafft von der Außenmauer. True. Right, that hurts, but... Ja, und ich schaff die Ecken nicht. Nilsi, wo bist du denn? Bei dem Eck von der... ...wo die... ...wo Ryan das Tor gebaut hat. Kann wer den Innenbrauch... ...Berauch... ...Bereich ausleuchten? Deine Frau, unter dem ich mir bekannte... ...nd ich schaff dei Ven Awen... ...arren. ... Vielen Dank.